Zu seiner Südfrankreich-Tour 2017 hatte das Team Sachstädter aus Saarlouis vom 16. bis 30. September nach Montpellier gerufen. Von dort aus ging es gemeinsam mit den Kunden im Rahmen von zwei geführten Ausfahrten jeweils eine Woche lang durch Südfrankreich, Andorra und Nordspanien. Die Route schlängelte sich über kleine Küstenstraßen, verlassene Feldwege und schattige Bergpfade. Berge und Schluchten, Meer und Häfen sowie üppige Natur und ursprüngliche Orte standen auf dem Plan. Neben dem Fahrspaß kamen dabei auch Kultur und Kulinarik. Nicht zu kurz.